Wer von euch beiden hat die besten Dance-Moves? Oh, uff. Ja, genau, so will ich das sehen. Muss ich Props geben. Ich hab noch nicht so viel gesehen, aber ich weiß, dass ich keine habe. Ausstoßkriterium. Wie würdest du deinen eigenen Tanz-Team schreiben? Äh, fresh. Keine Ahnung. Dass ich das zeigen kann? Nee, grad nicht. Ich bin nicht warm, ich hab ein bisschen Schulterprobleme und Hüfte, deshalb tut mir leid. Sonst natürlich immer gerne. John's Barbecue Foot Massage. Ich weiß nicht, was das ist. Das war's gut. 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 Good chemistry, good chemistry. Ja, Turtel kann das. Er ist einfach so. Wir können das zusammen. Teamwork. Teamwork. Teamwork makes the dream work. Oh, wow. Oh! I'm flattered. What did you say? No. I can't dance. I never danced. I would say Luke just goes with the flow. Yeah, I do. He's got rhythm. Nah. The club. We don't go to the club. We're a professional team. We are just sitting. In the club hiding. I got dad rhythm. I only dance with my daughters. Luke dances out in public. Yeah, I do do that. I didn't dance at my own wedding. So what the fuck? Roll it to yourself and you dance in the middle. They paid me. They give me Haribo. It's a celebration. Enjoy yourself. I'm going to issue myself.